Eins wollte ich noch machen und zwar ein Video von Amaya. Das ist nämlich der letzte Tag an dem Amaya ein Jahr alt ist. So kann ein Kind aussehen wenn es nur ein Jahr alt ist. So ein großes Kind kann schon rumlaufen und versuchen die Tür aufzumachen und mit Spielzeugauto spielen. Was möchtest du Mazi? Ach du bist das Äffchen? Ja wir gehen aber jetzt nicht schwimmen. Morgen ist dein Geburtstag weißt du das? Morgen bist du zwei Jahre alt. Du bist schon ganz zwei Jahre alt. Weißt du das? Soll ich das Äffchen hier mal rausholen? Ami verdient das nicht? Lindi verdient das? Ok ok ok. Dann nehmen wir das Äffchen mal raus. Hier. Amaya wie alt bist du? Monkey? Wie alt bist du? How old are you? You know that? Tell Patsa. Weißt du wie alt bist? Tell Patsa how old you are. Heute noch eins und morgen zwei. 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 Ah sehr gut. Zwei. Zwei. Genau. We talked about birthdays today and she asked me when her birthday was. Aha. She said a Maya birthday. Ja. Und was hast du gesagt? Mommy making a garland for the party. Sehr schön. Now, I will die, right? She said we're just we'll see you again. You can see you again again. Bye. Yeah. Bye. Bye.